Er soll es jetzt also richten. Dieter Hecking übernimmt als neuer Cheftrainer den Hamburger Sportverein und soll den HSV vom sportlich tiefsten Punkt der Vereinsgeschichte wieder nach oben bringen. Das ist das, was mich hier nach Hamburg gebracht hat. Nämlich genau dieser Reiz, eben nicht wieder das zu machen, was man sowieso machen könnte, sondern mal was zu machen, was außer der Reihe fällt. Viele haben gesagt, was tut er sich da an? Ja, ich tue mir nichts an, ich freue mich drauf. Hecking unterschreibt in der Hansestadt zunächst für ein Jahr, soll aber drei Spielzeiten bleiben. Beim klar definierten Saisonziel Aufstieg verlängert sich das Arbeitspapier automatisch. Ich glaube, dass es trotzdem keine Selbstverständlichkeit ist, dass Dieter als renommierter Bundesligatrainer gerade mit Mönchengladbach die Europa League noch erreicht hat, sich jetzt zum HSV bekannt hat. Ich denke, das zeigt auch, dass wir wirklich hier jetzt anpacken wollen, mit Dieter jemanden haben, der genau für das steht, für Ruhe, für Kontinuität etwas Sturm aushalten können. Und wir sind uns, glaube ich, schon öfters über den Weg gelaufen, hatten auch schon Regenaustausch immer mal in der Vergangenheit. Und ich persönlich freue mich auch sehr auf die Zusammenarbeit mit ihm, denke, dass das hervorragend passt. Ich habe es mal irgendwo erzählt, vor kurzem in meinem Interview, dass ich immer Kevin-Kiegen-Fan war zu seiner Hamburger Zeit. Und das hat mich so ein bisschen immer zum HSV hingezogen. Und jetzt bin ich Cheftrainer dieses Vereins, dieses immer noch nach wie vor tollen Vereins natürlich, der da gerade ein bisschen im Sturm ist. Aber dafür hat der Jonas ja auch meine Arbeitsbeschreibung schon gegeben. Ein bisschen Ruhe reinbringen, hoffentlich den Erfolg wieder zurückbringen. Das sind die Hauptaugenmerke, die wir jetzt angehen werden. Und wie gesagt, ich bin wirklich sehr, sehr glücklich darüber, dass ich heute hier als Cheftrainer beim HSV vorgestellt werde. So wie 18 Cheftrainer seit 2008 vor ihm. Und keiner von ihnen hat seinen Vertrag beim HSV erfüllt. Ich bin jetzt 14 Jahre Bundesligatrainer gewesen. Ich kenne jeden Platzwart, ich kenne jeden Zeugwart der Bundesliga, ich kenne jede Anfahrt. Ja, und wenn man dann an so einem Punkt ist, wo man über das Ende in Gladbach nicht gerade glücklich war, weil man gerne natürlich das auch fortgeführt hätte, was man angefangen hat, aber dann ist das eben auch die Schnelligkeit des Geschäftes, dass man sich mit neuen Aufgaben beschäftigen muss. Und ich habe mir die Frage gestellt, was will ich? Ausland kam nicht in Frage für mich, zurzeit auf jeden Fall noch nicht. Also zum Hamburger SV und in die zweite Liga mindestens für ein weiteres Jahr Dieter Hecking und der Hamburger Sportverein. Vielen Dank.